Ja, heute im Interview Bill Mockridge. Bill, schön, dass du da bist und dass du dir für uns die Zeit genommen hast. Wie lange bist du jetzt eigentlich schon bei der Lindenstraße und ist es für dich hier immer noch aufregend, hier hinzukommen? Also ich bin seit, ich glaube, 22 Jahren bei der Lindenstraße und es ist immer aufregend, weil du freust dich auf die Szene und du willst die Szene so gut machen wie möglich. Ich freue mich immer auf die Marie-Louise, weil wir wirklich ein sehr gutes Paar zusammen sind, arbeiten gerne zusammen und wir lachen auch viel gern zusammen und deswegen freut man sich. Es ist nicht so, dass man sagt nach 22 Jahren, ah, ich habe keine Lust mehr, sondern die Szenen sind immer wieder neu und die will man immer wieder gut machen. Die Lindenstraße spiegelt ja schon den deutschen Alltag wieder. Ist das eigentlich schwer, so Alltag zu spielen? Also wahrscheinlich so eine Herzgeschichte zu spielen, da kann man sich drauf einstellen, da weiß man Bescheid, kann sich irgendwie informieren. Wie informiert man sich über den Alltag, wenn man mit Helga dann zusammen am Küchentisch sitzt und über, ja. Also ich glaube, ich habe da ein großes Glück. Ich habe eben eine sehr große Familie mit sechs Jungs und meine Frau und die Oma wohnt auch bei uns. Das heißt, also vom täglichen Leben kann ich wirklich, könnte ich ein Buch schreiben, habe ich sogar ein Buch geschrieben über das tägliche Leben. Und das ist schwierig dann aber, das zu spielen. Also man kennt es und man muss es aber spielen, als ob es das erste Mal ist. Man muss es auch realistisch spielen. Man darf nicht zu viel machen. Das ist eindeutig schwieriger als eine Herzgeschichte zu spielen. Eine Herzgeschichte ist natürlich sehr dankbar. Der Ärger über eine, was weiß ich, eine Fünf in Latein ist, da muss man sagen, ja wie ärgerlich ist das wirklich und wie dramatisch ist das. Natürlich wollen wir den Alltag spielen. Das ist Lindenstraße, ist eben der Alltag. Aber es fordert immer wieder wirklich eine genaue Beobachtung, wie ist tatsächlich so eine Situation. Du persönlich bist ja dann anscheinend auch sehr aktiv als Erich. Er ist ja Rentner, der hat ja jetzt nicht so viel um die Ohren wie du. Könntest du dir das auch vorstellen? Nicht wirklich, nein. Also mein Leben lang habe ich immer mehrere Töpfe auf dem Herd gehabt, die alle gleichzeitig gekocht haben. Ich könnte mir im Moment nicht vorstellen, zu Hause zu sitzen und nichts zu tun. Auch Ehrenamt ist für mich ganz wichtig. Ich bin seit 18 Jahren Schirmherr von Sterntale, mein Kinder- und Jugendhilfswerk in Bonn. Und das ist für mich ganz wichtig und füllt mich auch aus. Also nein, zu wenig dürfte es nicht sein. Was würdest du dir denn für deine Rolle als Erich Schiller hier noch wünschen? Wo soll es hingehen? Ja, ein bisschen, dass der Erich, das würde mir gut gefallen, so ein Sprachrohr für die Rentner, dass der Erich ein bisschen von dem profitieren könnte, was ich privat sage und dass er anfangen könnte, so ein bisschen sein Leben bewusster zu gestalten und auch das Leben von den Mitbewohnern in der Lindenstraße. Dass er sagt, komm, wir müssen aktiv sein, wir müssen Sachen anpacken, wir müssen fit bleiben, wir müssen auch im Kopf fit bleiben. Also das würde ich, könnte ich mir gut durch vorstellen, dass der Erich da so etwas machen könnte. Du hast sechs Kinder, richtig? Mhm, sechs Jungs. Sechs Jungs, mein Gott. Und jetzt, wie ist es dann, wenn du das jetzt, also das mit der Lea zusammenspielst? Sie ist ja, sagen wir mal, Pubertät, bisschen weiter, ziemlich zickig und ziemlich dickköpfig. Merkst du deinen Unterschied zu der Pubertät deiner Jungs zum Beispiel? Ja, also ich sage grundsätzlich, Mädels in der Pubertät sind ganz anders als Jungs. Böse. Ich glaube, raffinierter. Ja, bei Jungs sagst du, was du siehst, ist, was du kriegst. Die sind nicht vielschichtig, wenn die die Tür zuhauen, dann hauen sie die Tür zu. Wenn die sagen, ich hau ab und ich steige auf ein Bananeboot und gehe nach Japan oder sowas, dann meinen die das so. Meine Freunde, die Mädels haben, sagen, Bill, sei froh, dass du die sechs Jungs, sechs Mädels, oder nur ein Mädel ist schwieriger, weil die einfach, die sind grundsätzlich intelligenter, sie sind raffinierter und sie können auch hinterhältiger sein, und vielschichtiger. Und was du siehst, ist auf keinen Fall das, was du kriegen wirst. Das heißt, das hat dir jetzt also mit der Rolle mit Lea jetzt nicht so viel weitergeholfen, dass du selber sechs Kinder hast? Doch, weil ich eigentlich, Erich, ist nicht ganz unähnlich wie ich. Ich bin jetzt, ich bin schon jemand, der wirklich sagt, bis hierhin und nicht weiter und ich meine jetzt das Ernst. Und meine Jungs respektieren das. Natürlich gab es Auseinandersetzungen, so ist es nicht. Aber die haben mich eigentlich immer ernst genommen. Und das finde ich auch richtig. Die Lea tut das nicht. Sie nimmt uns nicht ernst und sagt zu der Helga so Sachen wie, ich wünschte, du wärst gestorben und nicht meine Mutter. Das sind natürlich Sachen, das geht überhaupt nicht. Ich glaube, es ist ein anderer Erziehungsstil. Also ich hätte sie anders erzogen. Sie wäre wahrscheinlich, glaube ich, nicht ganz so zickig geworden, wenn ich sie erzogen hätte. Jetzt bist du seit 22 Jahren hier bei der Lindenstraße. Was ist die Lindenstraße für dich? Wenn du sagst, du hast noch so viele Projekte nebenbei gehabt, ist ja die Lindenstraße neben den Springmäusen dann mit die Konstante auch bei dir in deinem Arbeitsleben. Absolut. Es ist auch wirklich ein beeindruckendes Team. Ich sage das nicht, ich werde ja nicht dafür bezahlt, sondern es ist wirklich ein beeindruckendes Team. Ich kenne viele, eben seit 22 Jahren, ich finde auch dieses ganze Management und Organisation drumherum absolut bewundernswert. Es passiert, dass Schauspieler krank werden und zwei Wochen ausfallen und der Drehplan wird einfach geändert. Es wird sehr viel Rücksicht auf so jemand wie mich genommen, wenn ich sage, ich kann da an dem Abend nicht drehen oder an dem Tag nicht drehen, ich bin in Bad Kreuznach oder ich bin in München oder ich spiele in Berlin, dann wird darauf Rücksicht genommen, soweit es nur geht. Es ist absolut ein Teil meines Lebens, seit 22 Jahren und ich würde das außerordentlich vermissen, wenn das nicht mehr da wäre. Dann würde ich sagen, meine zweite Familie ist nicht mehr da. Die Lindenstraße in einem Satz. Lindenstraße ist ein wunderbares Mikrokosmos, wo drei Generationen versuchen, das Leben zu meistern, so gut wie es nur geht.